Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LUTZ-Diskorum LUTZ-Endo-Edition Und ja, ich habe neue Mods, wie ich ja in der letzten Folge angekündigt habe, nämlich eine, dass weniger Drachen kommen Die andere, dass wir jetzt Teleports haben Ich habe es nicht geschafft, dass wir warten können während des Kampfes Diese Mods habe ich nicht gefunden Aber dafür habe ich halt eine Mod, die Teleportsauber hinzufügt Das heißt, wir können das aus dem Kampf raus teleportieren Ähm... Noch eine dritte, wo ich jetzt gerade nicht so sicher bin, was die nochmal gemacht hat Ähm... Ähm... Ich bin der Membauer Sports College Ich bin nicht sicher über die Task der Armour-Ordert Ich bin da oder nicht? Ich bin nur ein Bard, nicht ein Gravedigger Ich bin nur ein Barsch, weil ich nur ein Barsch, nicht ein Gravedigger Ich habe zu gehen und kaufen mir eine Maze in town Ich bin endlich in der LUTZ-Diskorum Ich bin endlich in der LUTZ-Diskorum Ich bin in der LUTZ-Diskorum Ich bin nicht in der LUTZ-Diskorum Ich bin nicht in der LUTZ-Diskorum Ich bin nicht in der LUTZ-Diskorum Ich bin ein bisschen Precious, Ich bin nur ein Platz, dass du nur sehen kannst, wenn du zurückkommst und snatchen sie von mir Ich sehe ein Claw, ich bin nicht in der LUTZ-Diskorum 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 ja ja das sind wir geschafft das stimmt allerdings jetzt wirklich noch ein buch mitgenommen wollte ich gar nicht eigentlich wüsste ich mit sound so skybomb auch mehr mehr geräusche und haben ich weiß noch nicht ob die geräusche jetzt alle von sound so skybomb oder was anderem sind ich glaube die kriegst nicht hin mit den fallen umzugehen allerdings glaube ich sie die geräusche sind wir wirklich doch da hey du bist doch der bade das ist ein labyrinth oder so ne da mal eine truhe keine lust aufzumachen so wo kommt ihr denn ja was so so wie ist ein rätsel also wie verstehe ich das muss ja ne ok na wunderbar dass santa graugere todes füste ist ok und tschüss ok ich bin jetzt trage zu viel warum wichtiges gewicht ok das kann weg das kann ich nicht weg machen eben jetzt nein das kann ich nicht aber das kommt weg die auch die sind es nicht wert so scheiße das war knapp kraft die magiker ok ein goldbeutel so bayern game sicher ob ich das schon hatte oder noch nicht ja ja das war ich mich auch na du wicht geh mir aus dem weg ich verstehe nicht hallo draugere nee das kann ja nicht sein das ist nie weg hier muss doch noch eine andere kette sein ja 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 jedes mal ach komm schon leute sehe ich die kette nicht den weg die falle hier geht es runter aber es hat mir aber gut zugezogen damit hatte ich nicht gedacht ja das ist feuer das kann glaube ich dafür nicht büßen ich mag das mit so vielen leuten im kampf das ist richtig das war so richtig was von abenteurer stimmung finde ich ich hasse es ja auch wenn ich in solchen rollen oder allgemein eigentlich spielen nie alleine bin ich finde das ganz schrecklich wenn ich in sowas wirklich nicht alle mit anderen leuten zusammen laufe sind ich wirklich grauenhaft gold hier ist irgendwo dann knopf ich werde sagen das ist der weg ich liebe scheiße da war doch gerade etwas oh nein was ist das denn du bist ja bitte 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 ja mein nachbar glaube ich gerade eine zigarette aus dem fenster so geworfen dass die irgendwas entzündet ich dachte kurz wäre meine mücken schutz das kann ja passieren aus ihrem sein fenster raus und in sein fenster rein und weil raucher vor allem dieser raucher so ein inländer hurensohn sind und ich denke dass die denken ja so einfach so oft wir werfen irgendwas raus interessiert uns ja nicht was da ist meine heilige scheiße so ist das h ok was haben wir hier eine eisentür doch da steht jetzt jemand da dieses geräusche sind das schlimm hier arkana verzauberer damit kann ich jetzt erstmal nichts anfangen da ist eine tür mit der irgendwas ist mit einer magischen barriere versiegelt ok ich brauche hier einen begleiter leute das ist das problem begleiter sind zwar gut aber wenn die nicht mitkommen dann ist blöd deswegen habe ich jetzt diese sammeln followers aber wieso machst du kaum schaden was ist das denn so machst du denn kein schaden also macht es denn kein schaden bei dem ich weiß ich weiß ich weiß da kann doch nicht sein ja ja das ist ja unfassbar ja schwere rüstung auf 70 verbessert danke danke für nichts warum kriegt der oma eine heilige warum kriegt er denn nur so null schaden natürlich schlecht zahlwärts ich habe jetzt auch 99 meine güte keine ahnung was der macht dass der so stark ist ich meine ich habe doch diesen todesfürsten ja sogar besiegen können so ich gehe mal lieber auf nur sicher das schöne ist dass auch die ausdauer halt immer gemacht wird gut dieser dremora fürst macht natürlich auch relativ wenig das ist auch natürlich wichtig zu sagen das ist ein todesstoß warum war der denn jetzt so stark der hatte jetzt nicht wirklich irgendwie ne so was dabei wo ich jetzt sagen würde ja na 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 oh ok zweimal sogar aber da nehme ich den mächtigen seelenstein natürlich mit ja kann man mal machen circle of protection ja mein freund so nicht so nicht weiß ich nicht ja mir lieber wenn die tür aufgeht so nicht so nicht so nicht alle bitte das ist ja unfassbar hier euch geht's noch gut das ist perfekt gut dass ihr wieder da sollt alle jade fehlt ich sag mal mein meine beiden sind schon mal da das verkrafte ich jetzt erst mal scheiße dass ich das noch gesehen habe hier ist gar nix auch gut das traurig stadt noch drei gold dabei das ist ein kopf hier ist sarkasse oder da geht es noch weiter ich weiß es nicht hier jetzt weiter ja 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 passt schon ich denke das passt schon da griff olaf olaf's ferse ja passt kann ich nicht mit ihm reden geht das jetzt so aus als könnte ich jetzt hier einen anderen ausgang geben aber das ist wohl nicht der fall okay dann geht es wieder ganz aber raus dass wir auch in dieser folge denke ich mal nö heute nicht mein freund heute mal nicht da ist mit dir wieso kannst du dieses tor erfüllen weil ich nicht bist du begleiter von mir oder was okay anscheinend soll ich das noch nicht zurückbringen anscheinend soll ich erstmal noch diese klau hier wie war das denn noch mal klauen da ruby wolf adler wolf sieht gut aus aber wobi 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 ich habe angst dass er jemand ist oder ist das nur eine abgezogen scheiße sieht das gefährlich aus ich mache einen cut wir sehen uns in der nächsten folge bis dahin macht's gut und ciao so